Also ich bin Johanna, komme aus Münster und habe jetzt mit einigen Freunden hier im Münsteraner Jofel, im ehemaligen XL Münster, das erste Facebook-Steffi-Stefan-Fanclub-Treffen mit organisiert. Wir haben heute den Panik-Autor da, Willi Karkoska, der hat die Biografie von Steffi-Stefan geschrieben. Da ist jetzt gleich eine Lesung im XL. Später haben wir dann noch ein Udo-Lindenberg-Dubel, was dann anderthalb Stunden noch Live-Musik bringt. Wie viele Leute sind heute hier beim Fanclub dabei? Angemeldet haben sich circa 85, davon ist circa die Hälfte schon da. Wir haben jetzt 356 Mitglieder. Also das ist innerhalb von März an diesen Jahres. Und das ist schon viel. Ja, durch die Konzerte eigentlich mit Udo kennengelernt. Und ja, dann hat sich das so entwickelt und ich habe dann Elke kennengelernt. Sie hat dann diese Facebook-Seite gegründet, diese Fan-Seite und hat mich gebeten, sie zu unterstützen und mit Fotos zu bereichern, die Seite. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und ja, wir haben uns persönlich in Gronau kennengelernt, bei der Denkmalentweihung von Udo-Lindenberg. Und ja, wir sind begeistert und Steffi genauso und das ist fantastisch. Steffi-Stefan ist für mich einfach nur ein Musiker aus Münster, aber auch Clubbesitzer, netter Freund. Steffi-Stefan kenne ich schon seit mehreren Jahren. Ich habe eine besondere Beziehung zu Steffi, weil 35 Jahre prägen einen. Und in dieser Zeit ist Steffi Steffi geblieben. Und er ist für mich als Mensch der Mensch überhaupt. Der ist fantastisch. Er ist, wie er ist. Wo kann man nochmal im Endeffekt was nachlesen? Am besten dann über steffi.funmusic.fm. Ich werde das dann später auf die Facebook-Seite umleiten.